In diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr die Wunderwaffe Strahlenbrecher zusammenbauen könnt auf der Map Terminus und fangen wir direkt mal damit an. Als allererstes müsst ihr Pack-Up-Punch und Strom aktivieren und sobald ihr das gemacht habt Leute müsst ihr drei Monitore auf der Map finden. Der erste Monitor befindet sich hier unten am Wasser wo auch Deadshot ist, der zweite ist bei Stamina Perk bei Schneiderlaufen wenn ihr rausgeht rechts und der letzte ist bei Quick Rewrive wenn ihr aus dem Raum rausgeht direkt hier am Geländer. Als nächstes packt ihr auf eine Waffe hier beim Arsenal oder irgendwo anders beim Arsenal das tote Leitung Perk drauf. Ihr geht zum Pack-Up-Punch unten im Labor drückt einmal so dass es nach oben fährt und wenn ihr euch umdreht könnt ihr durch das Fenster schauen und da ist so ein Sicherungsschrank. Dagegen müsst ihr drauf schießen Leute und danach noch auf paar andere. Achtet genau einfach wo ich ihn schieße einmal da dann hier direkt links oben auf der Wand. Dann geht ihr hier rechts rum einmal lang in den Raum wo auch Jugga ist. Ihr geht hier runter in dem Raum hier ist der nächste und rechts an der Wand draußen ist dann der nächste und es öffnet sich hier dieses Labor. Und unter diesem Tisch hier ist ein Zombie den tötet ihr und er droppt euch einen Anhänger und den hebt ihr dann auf. Begebt euch dann zum Turm wo auch Elementar leben muss denn dort ist jetzt ein Aktenkoffer mit dem ihr interagieren könnt und ein Teil rausnehmen könnt. Dieses Teil nehmt ihr dann mit und bringt das dann ins Labor und ihr müsst wieder mit dem Rechner interagieren. Dann seht ihr er geht an und kurze Zeit später könnt ihr damit interagieren und ihr seht der will einen Code von euch. Oder ihr geht zu Dr.Pack der kennt den Code auch jedoch müsst ihr seine Erinnerungen mit 5000 Punkten Bestechungsgeld erfrischen so dass er sich wieder an den Code erinnert und euch den Code gibt. Oder ihr löst den Code einfach selber das ist eine kleine Rechenaufgabe Leute ich kann euch das ganze auch erklären. Und zwar habt ihr bei den einzelnen Feldern x, y und z diese Symbole. Und am Ende des Raums habt ihr diese zwei Tabellen. Und ihr nehmt die linke Tabelle zuerst und da habt ihr links Zahlen und unten Zahlen. Dann sucht ihr euer Symbol und mein erstes Symbol bei der x steht links bei der 1 und unten auch bei der 1. Also ist unser x schon mal die Zahl Nummer 11. Und unser y das Symbol steht bei 2 1 also ist y 21. Und unser letztes Symbol beim z steht links bei der 2 und unten bei der 0 also 20. Und jetzt benutzen wir die rechte Tafel und da steht der 1 2 3 und rechts stehen Formeln. Und diese Formeln müssen wir jetzt einfach nur füllen. Und ich zeige euch das mal. Beim ersten steht 2x plus 11. Unser x ist die 11. 2 mal x also 2 mal 11 sind 22 plus die anderen 11 sind 33. Also ist unser erster Code schon mal die 33. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit der 2. Da steht 2z plus y. Unser z ist 20. y ist 21. Also 2 mal 20 sind 40. Plus 21 ist 61. Minus 5 sind 56. Also ist unser zweiter Code 56. Das gleiche machen wir jetzt mit dem dritten Code auch. Y plus z minus x. Also y ist bei uns 21 plus z. Also gleich 20 sind 41. Minus 11. x sind 30. Also ist unser dritter Code 30. Wenn ihr das dann ausgerechnet habt dann gebt ihr den Code ein. Ihr kriegt ein Item gedroppt. Das hebt ihr auf und auf dem Monitor ist ein Ort auf der Karte markiert. Dort geht ihr hin. Das ist diese kleine Insel außerhalb. Und ihr seht auch schon da ist so eine blaue Kugel. Mit der müsst ihr interagieren und das Item platzieren was ihr zuvor aufgehoben habt. Und es werden eine Menge Zombies spawnen. Manche werden so blau leuchten wie dieser. Und diese müsst ihr dann umbringen. Denn diese droppen euch dann so kleine blaue Orbs. Diese Orbs müsst ihr dann aufheben mit der Interagieren Taste. Und in dieser großen blauen Kugel platzieren. Wenn die Kugel dann aufgeladen ist. Dann hebt ihr das Teil auf. Und ihr werdet sehen die Kugel verschwindet bis zur nächsten Insel. Und ihr müsst einfach gucken in welche Richtung sie geflogen ist. Fahrt mit dem Boot in dieselbe Richtung. Zur nächsten Insel wo sich die Kugel befindet. Wenn ihr dann da seid. Ist das diesmal eine grüne Kugel. Dort platziert ihr wieder das Teil. Und es werden Zombies spawnen. Und ihr macht das gleiche wie vorhin. Nur mit grünen Orbs. Wenn die Kugel dann aufgeladen ist. Dann fliegt sie wieder weg. Hebt das Teil auf. Merkt euch die Flugrichtung. Und fahrt dann hinterher auf die Insel wo der wieder hinfliegt. Diesmal ist es eine lila Kugel. Ihr platziert wieder euer Teil hier in diesem Orb. Und danach tötet ihr lila Zombies. Und platziert dann die Kugeln da rein. Und es wird so ein kleines weißes Bildschirm kommen. Und ihr kriegt so eine rote Ampulle. Und mit diesem Dingen geht ihr jetzt zurück ins Labor. Denn dort befindet sich eine Werkbank. Wo ihr dann die Wunderwaffe nun bauen könnt. Das war es dann mit dem Video Leute. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst. Kannst du jetzt ein kostenloses Abo da lassen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.